moin herzlich willkommen wieder zurück hier in texas melde mich mitten aus der hitzewelle mit heute und morgen möglicherweise bis zu 40 grad ja aber ist alles auszuhalten solange man sich möglichst viel drinnen aufhält und so komme ich auch dazu mal wieder ein video zu machen und euch ein paar sachen zu zeigen denn von dem was ich so von meinem letzten deutschland trip mitgenommen habe ich euch immer noch nicht alles gezeigt und wie man schon am titel sieht geht es heute um ein paar alte produkte aus dem hause 4711 wort das berühmte kölnisch wasser herkommt ja aus der von der marke 4711 oder aus dem hause 4711 meure und wirz gibt es ja noch so eine marke namens hier und da kennt ihr bestimmt und findet man heute auch noch in der drogerie die linie sie ihre schmos ja hauptsächlich aftershave und ich glaube auch oder toilette gibt es davon und früher gab es noch eine ganze reihe andere sachen ich hatte ja schon mal ein video dazu gemacht zu der vintage sie ihre schmos frisiercreme die ich mal bekommen habe und es gab auch noch seife und so weiter es gab aber von dieser marke sie ja schreibt sich wie sir aber in den alten fernsehwerbespots wird immer sie gesagt deshalb sage ich jetzt auch hier sie ihre schmos ja neben ihre schmos gab es von sie auch noch ein paar andere linien und zwei davon da habe ich ein paar ganz tolle sachen bekommen da habe ich von von marlon ein meiner zuschauer und auch mitglied in einschlägen facebook gruppen aber ich ein super tolles interessantes paket bekommen im tausch für so ein paar us produkte ja und da befinden sich ebenso ein paar ein paar produkte dieser anderen vier linien nämlich kenne das cedar und champaka befinden sich da drin und dann kann ich euch heute mal zeigen was ich da so bekommen habe und nachher gibt es natürlich dann auch einen kleinen test im badezimmer ja aber jetzt sitzt jetzt beim schreibtisch und vielleicht wenn ihr meine videos schon länger verfolgt wisst ihr was das heißt wenn ich am schreibtisch setzt dann wird gleich die perspektive gewechselt und dann gucken uns die sachen die ich habe immer noch mal so ein bisschen genauer an ja dann werden verpackungen aufgemacht und alles so ein bisschen genauer unter die linse genommen ja deshalb gleich einmal kleiner perspektivwechsel und dann geht's ab mit den produkten sier canada cedar und sier sier champaka ja viel spaß damit beginnen wir also mit der linie sier canada cedar und zwar mit dem eau de colonie dass sich hier noch schön in der original pappschachtel befindet diese linie canada cedar wurde im jahr 1971 ins leben gerufen soweit ich herausgefunden habe und irgendwann leider wieder eingestellt deshalb findet man heute nicht mehr genau also hier diese pappschachtel mit dem 4711 logo und dem sier schriftzug und noch so ein paar anderen elementen in gold macht einen edlen eindruck im hintergrund so eine marmorierung in brauntönen erinnert ein bisschen an an die tabak verpackung da ist dann auch immer dass auch so eine art marmorierungs muster bei den raso produkten in einer art rohton bei den haarprodukten in grün hängt ja auch irgendwie alles mit zusammen tabak gehört ja auch zu meure und wirz genau hier so ein kleiner text auf deutsch eine duftschöpfung von natürlicher noblesse ihre ganz persönliche ausstrahlung für viele stunden duftexpertise charaktervoll nobel kultiviert herbwürzige note edler hölzer verhalten in der ausstrahlung ja genau das 100 milliliter inhalt oder dreieinhalb unzen hier sehen wir noch die adresse west germany also ist wohl noch von vor der wende wahrscheinlich noch vierstellige postleitzahl vielleicht irgendwo zu finden leider nicht ja aber aus köln am rhein in westdeutschland ok gucken wir mal rein öffnen wir mal die schachtel und gucken was sich da drin befindet also auf jeden fall ein charakteristisches produkt der 70er jahre noch mal so ein bisschen extra pappe die müssen schlechte präsentation gerade beim auspacken aber hier sehen wir die flasche seer canada cedar oder colonie was mir schon aufgefallen ist finde ich ganz witzig auf allen produkten sowie auf der flasche steht canada cedar ceder nur auf dem karton von diesem eau de colonie es ist anders geschrieben auf der seite hier canada cedar mit a und auf der seite cedar mit e sollte soll das hier vielleicht deutsch sein cedar nur so ein bisschen stilistisch mit c geschrieben sowie auch oft bei bei zigaretten oder kontaktlinsen schreibung mit c die müssen klassischer aussieht und das soll englisch sein cedar sowie bei irisch moos auf der anderen seite auch irisch moss steht ist mir aufgefallen also vielleicht müsste ich hierzu doch kanada cedar sagen bin mir da nicht ganz sicher ja auf jeden fall sieht es aus schöne ja relativ massiv wirkende glasflasche und da drin findet sich dieses ja leicht gelblich aussehende duftwasser und der duft ich habe natürlich schon duft proben genommen und der ist ja so wie man sich das vorstellt bei den namen canada cedar oder canada cedar also richtig richtig holzig richtig markant holziger würziger duft der gefällt mir richtig gut ja genau da haben wir das erste produkt aus dieser linie also das ode colonie in der flasche oder im flakon zusätzlich dazu gibt es auch noch ein ode colonie spray da kann man den deckel abziehen und da ist hier so ein sprühkopf vielleicht ganz praktisch für unterwegs zusätzlich dazu gibt es auch noch auch ganz interessant ein duschgel jetzt mit tubenhalter super sache können wir auch gleich mal auspacken ja da sehen wir uns sieht man es in aktion wie der tubenhalter irgendwo in der dusche an die kachel geklebt wurde also canada cedar canada cedar mit zwei attraktiven neuerungen für mehr duschkomfort der selbstklebende tubenhalter zum anbringen an der kachel wand also duschgel immer griffbereit der praktische kipphebelverschluss an der tube zur leichteren handhabung ja können wir auch mal reingucken dann duschgel aus der zeit hatte ich noch nie bin gespannt ob man das überhaupt benutzen kann vielleicht werde ich irgendwann mal ausprobieren dafür werde ich allerdings kein video machen denn in der dusche wird mir das vielleicht doch ein bisschen zu intim also hier sehen wir den duschgel den tubenhalter ja kann man was abziehen und dann an der kachel festkleben und hier haben wir einmal 47 11 4 canada cedar duschgel oder shower bath ja ich bin wirklich gespannt also das habe ich noch nicht aufgemacht wirklich gespannt was da rauskommt wenn man es öffnet ob das sich wirklich über die jahrzehnte als duschgel erhalten hat oder ob da irgendwie sich vielleicht stoffe voneinander getrennt haben oder ob es funky riecht stellen wir es erstmal weg und jetzt kommt das absolute highlight aus dieser linie aus diesem kerne der cedar etc geschenkkorb und zwar dieses geschenkset das war bestimmt anfang der 70er super tolles weihnachts oder geburtstagsgeschenk für für den vater ehemann chef oder arbeitskollegen oder was weiß ich was ja sehen wir also hier so ein gemäld so eine art stillleben auf der verpackung was alles schon so richtig edlen eindruck machen soll genau öffnen wir es mal wenn wir genug platz haben hier ja und wenn man es öffnet dann sieht man hier eine eine seife aber kurz genau stellen wir nur kerne das cedar drauf hier kann man auch mit die rückseite sehen also eine seife und eine aftershave lotion von der gleichen linie von kerne das cedar also das ist wirklich ein total edel aussehendes geschenk set da hätte ich mich also ich habe mich dann natürlich super darüber gefreut aber auch in den 70ern das wäre natürlich das obergeniale geschenk für mich gewesen genau noch so einen kleinen text es sind die schönen dinge des lebens mit denen man sich gern umgibt und die die kultivierte ausstrahlung und persönliche note eines mannes prägen ja super passender spruch zu dieser produktlinie ja also insgesamt alles zusammen wirklich ganz tolle sachen die seife werde ich nicht ausprobieren denn das wäre zu schade das zu öffnen und ja diese seifen puck verschwindet dann ja allerdings aftershave oder kolonie und so da macht das natürlich nicht zu ein bisschen was in der flasche fehlt und da wir es dann auch irgendwie zu schade wenn das nur rum liegt und ich irgendwann in 70 jahren das zeitliche segnen und immer noch diese sachen hier und nie ausprobiert ja also alles flüssige hier wird sicher mal zur anwendung kommen und da bin ich schon sehr gespannt wie gesagt toller holziger duft richtig markant würzig super note da bin ich auch schon richtig gespannt ich habe nur daran geschnuppert aber es noch nicht an mir ausprobiert bin auf jeden fall schon aufgeregt wie mir das denn so gefällt ja so das waren jetzt die seer canada sachen oder canada ceder ich habe aber auch noch was anderes bekommen auch von marlon in dem gleichen paket also das alles ein bisschen zur seite und zwar habe ich hier noch ein ode kolonie aus einer anderen reihe der marke sie also aus dem hause 47 11 und zwar aus der reihe champaka habe ich hier ein ode kolonie ja aufmachung sieht schon ein bisschen anders aus diese reihe champaka gibt es seit 1978 ebenfalls irgendwann eingestellt worden ja ist wohl auch prä wende steht auch köln am rhein west germany genau champaka da gucken wir was hier steht champaka oder kolonie eine herren note deren charakteristischer duft dem niveau anspruchsvoller maskuliner parfümierung entspricht im duft lang anhaltend feine tabak ledernote mit leicht herber aromatischer spitze im duft körper durch die aromatischen wild wachsenden kräuter der provence und durch eine spritzige agrumen note verfeinert ja da habe ich natürlich auch schon mal eine kleine duftprobe genommen ohne es wirklich an mir als duftwasser auszuprobieren aber einfach mal aufgemacht dran geschnuppert nehmen wir also mal den flakon aus der packung sieht ein bisschen anders aus ja auch design ein bisschen anders statt marmorierung einfaches rot statt gold silber und auch die flaschenform ist ein bisschen anders übrigens schöner scheint ein bakelid deckel zu sein wird alles schön massiv aber auch edel genau der duft von diesem sie hat champaka hat mich beim ersten bei der ersten duftprobe so ein bisschen an clubman special reserve verändert ist also weniger die holzige richtung wie wie die canada ceder hier sondern geht wirklich mehr ins ins ledrige wohl auch tabakartig wenn man der verpackung glauben schenkt aber für mich hat das hat das ledrige so ein bisschen überwogen also schon relativ schwerer schwerer und auch sehr maskuliner und markant würziger duft also ergänzt sich beides super ja den einen tag canada cedar den anderen tag champaka oder champaka wenn man mag vielleicht auch irisch moos wobei ich glaube ich schon mal angedeutet habe dass irisch moos nicht so mein lieblings duft ist dann noch lieber tabak oder das original 4711 echt kölnisch wasser ja genau das ist noch ein weiterer artikel aus diesem super tollen geschenk paket deshalb noch mal vielen dank an marlon und ja ich würde mal sagen versuch macht klug deshalb geht es gleich als nächstes ins badezimmer für eine kleine rasur und da werde ich dann mal das canada cedar aftershave einfach ausprobieren ja einfach eine rasur das heißt aftershave ist das was am meisten sinn macht und ja dann sehen wir uns gleich ihr im badezimmer schrank und ich davor stehend alles klar so euer vertrauter platz das ist gut ja bin euch gleich bereit loszulegen mit meinen haaren habe ich übrigens heute nichts besonderes gemacht ja da gab es vorhin nach der dusche ein paar spritzer seborin und ich hatte davor schon vor das video zu machen ja deshalb ging es schon los mit klassischen deutschen produkten deshalb seborin und jetzt kommt die rasur da geht es gleich mit deutschen klassikern weiter damit das alles ein bisschen mit diesem sear canada cedar zusammenpasst bin auch schon am vorbereiten also mein schweineborstenpinsel hier der weicht schon ein der omega 48 professional und da gibt es gleich dazu eine rasierseife habe leider keine keine canada cedar rasierseife deshalb gibt es aber ein klassiker ebenfalls einen deutschen klassiker die gute alte tabak rasierseife aus dem weißen keramiktiegel hier ganz tolle sache als rasierer gibt es dann gleich den progress ja den verstellbaren klassiker von merkur aus den 50er jahren klinge eine big big chrome platinum ist eine ganz gute brauchbare klinge nehmen wir eine raus ja dann einmal den hobel aufschrauben ja hier unten ist der der knopf der beige plastik knubbel der von vielen verhasst ist habe gesehen viele leute tauschen den auch durch extra zum austausch gefertigte metall knäufel ich finde aber gerade der dieser plastik knubbel da unten der macht so ein bisschen den 50er jahre charme von diesem progress hobel aus deshalb werde ich den auf jeden fall da dran lassen ja also ich finde ihn so gut wie er ist schickes klassisches design von mitte des 20 jahrhunderts und auf jeden fall einiges schicker als der merkur futur den ich mir niemals holen werde genau auf jeden fall hier unten das ist ja zum verstellen klingenspalt verstellen aber wenn man es ganz bis ende dreht kann man eben die kappe abnehmen und dann kann ich da gleich mal die klinge einlegen also hier einmal die klinge big chrome platinum ja da ist die kappe klinge einmal rauf und dann beim progress muss man mal darauf achten dass die kappe richtig rum sitzt sind markierungen am hobel an denen man sieht man so ein kleines dreieck und an der kappe einen kleinen strich dann sitzt es richtig wenn es richtig rum drauf sitzt dann dann stimmen die zahlen hier auch wenn ich weiß dass ich mich zum beispiel am besten in einstellungen drei rasiere dann möchte ich ja auch dass wenn ich drei einstellen dass es dann auch die richtige klingenspalt ist wenn die kappe falsch und drauf ist dann stimmt die skala nicht richtig ja ok genau also klinge ist drin dann kann ich mir jetzt glaube ich jetzt nächstes mal ein seifen dass die tabakseife schweine borsten pinsel müsste jetzt genügend eingeweicht seien ja schön nass bisschen wasser ausdrücken und dann ein bisschen seife aufschäumen da geht auf jeden fall noch mehr wasser aber ein bisschen zu viel ausgedrückt das ist bei jeder seife und bei jedem pinsel immer ein bisschen anders wie viel wasser man braucht wenn man immer das gleiche nimmt dann weiß man sonst so im gefühl wie viel man braucht aber tabak habe ich lange nicht mehr genommen und den omega habe ich auch lange nicht mehr genommen letzter zeigt eigentlich immer mein simpson t2 synthetik pinsel das ist schon besser ja lange nicht mit den schweine pinsel hier genommen ungewohntes gefühl aber funktioniert auf jeden fall damit sollte man auf jeden fall gleich gut rasieren können wobei die rasur an sich da ist ja nichts neues dabei das einzige was neues ist dann gleich am ende dass das aftershave ja da werden wir dann sehen wie gut mir der duft gefällt jetzt geht es auf jeden fall los heißes wasser und aber die einstellung ich glaube so eine zwei oder zweieinhalb war immer ganz gut ja genau also ein paar linien von von sier von der marke sier die zu 4711 gehört aber schon dazu gesagt dieses kanada cedar ist von anfang der 70er jahre 1971 champaka von ende der 70er genauer 78 wenn das stimmt was ich gelesen habe wurden beide immer eingestellt waren vielleicht irgendwann nicht mehr zeitgemäß haben sie nicht verkauft er weiß das schon weiß leider nicht wann die eingestellt wurden ja die sachen die ich habe scheinen ja von vor der wende zu sein die frage natürlich wurde das vor der wende schon eingestellt oder wie lange gab es das noch und warum wurden die linien eingestellt und nicht ihre schmos für die sachen riechen beide um welten besser als ihre schmos also schade dass es das nicht mehr gibt muss ich mir gut einteilen das zeug ich würde es natürlich auch benutzen ja es also nicht nur zum zum anschauen weil ja sonst merke ich irgendwann irgendwann ist die chance vertan die sachen zu benutzen und dann wäre es schade drum ist genauso mit mit vintage rasier hobeln also was sollen die in der vitrine umliegen wenn wenn die noch funktionieren ja aber ich glaube jeder der sich vintage rasier hobeln und messer und so holt der benutzt die auch die sachen funktionieren ja auch alles auch nach jahrzehnten immer noch brauchbar das einzige was ich halb ich schon gesagt habe nicht benutzen werde ist eben die seife weil ja da müsste ich halt die es müsste ich auspacken damit die verpackung hinüber und ja seife die liegt dann irgendwann in der seifenschale rum und wird dann so ein bisschen eklig die lasse ich eingepackt aber so duft besser ja warum nicht und das duschgel da weiß ich noch nicht muss ich mal gucken macht ja auch nichts wenn man was raus nimmt also da bleibt ja auch die die verpackung erhalten bin halt nur gespannt bei so bei so älteren aftershaves da weiß ich ja dass die oft noch was taugen ja und auch so ältere frisiercreme hatte ich schon das ging auch gut aber duschgel wäre was neues keine ahnung wie lange sich das hält werde ich dann sehen ja ob das sind irgendwann zu einem ekligen schmodder wird der ranzig riecht keine ahnung und dann werde ich mal gucken auch wie sich der duft von dem aftershave so im laufe des tages hält dann kann ich irgendwann die tage das vielleicht noch mal mit dem eau de colonie oder eau de toilette vergleichen die langlebigkeit ist besonders jetzt wo man viel schwitzt ja bei den momentanen temperaturen wie schon gesagt habe heute und morgen werden es vielleicht bis zu 40 grad also 38 hatten wir schon hier am stadtgebiet morgens schon wenn ich wenn ich los gehe so um acht wenn ich aus dem haus gehe oft schon 30 grad und oft dann luftfeuchtigkeit 70 80 prozent das lässt uns zum glück im lauf des tages nach dass es dann noch so um die 60 50 sind vielleicht auch bis unter 30 prozent luftfeuchte aber der wärme das merkt man schon richtig ja ok wird sagen die rasur ist fertig dann kommt jetzt das dass das eigentliche objekt dieses ganzen unterfangs hier genau wegen dieser temperaturen würde ich auch sagen dass texas als reise ziel zu dieser jahreszeit nicht unbedingt empfehlenswert ist würde immer sagen empfehlenswert ist vielleicht so die zeit zwischen november und märz da sind dann humanere temperaturen ja und selbst wenn man mitten im dezember oder januar kommt da gibt sonnige tage mit 25 grad und mehr das ist dann noch auszuhalten einziges problem ist im winter wie ihr ja vielleicht schon in der vergangenheit bei mir gesehen habt dass es da manchmal doch unerwartete winter einbrüche gibt wo dann die ganze infrastruktur zusammenbricht ja straßen sind nicht geräumt man kann nicht fahren supermärkte sind deswegen zu lieferketten unterbrochen stromausfall kein fließend wasser für tage so war es bei mir ja auch schon hier ja okay jetzt geht's los trommelwirbel gucken wir mal da ist etwas kleinerer flakon als das oder oder colonie und weil es ein aftershave ist benutzt man zwar wahrscheinlich auch öfter und mehr davon müsste eigentlich umgekehrt sein mit der flakongröße egal werde ich sicher nicht jeden tag benutzen denn muss ich mir gut einteilen wer weiß wann ich sowas jemals wieder sehe genauso eine aussparung damit nicht gleich alles ausplattert ja so kommen sehr sparsame spritzer raus vielleicht wussten die hersteller schon dass es irgendwann eingestellt wird und dann selten ja wie gesagt schön würziger duft holzigen note wieder nahme wie die im namen enthaltene c da schon verspricht irgendwie auch frisch aber ist auch ein relativ markante und schwerer duft nichts leichtes also wenn ich das rieche stelle ich mir schon so einen typen aus den 70er jahren vor mit einem anzug ja vielleicht eine dicke metalluhr am handgelenk irgend so ein geschäftsmannmacher mit einer typischen vollen 70er jahre frisur mit dicken koteletten ja oder ein älterer herr mit einer überkämpffrisur kettenraucher säufer vielleicht so einer wie don draper in der serie madman so eine art man stelle ich mir vor wenn ich das hier rieche ja und nicht so ein nicht so ein weltfremder Uni heini wie ich ja gut das war der test also auf jeden fall auch beim auftragen ein toller duft hält das was er beim schnuppern an der flasche verspricht dann werde ich im lauf des tages auch sehen wie lang anhaltend er ist aber wenn ihr sowas mal irgendwo in die finger bekommt wenn ihr sowas mal bei ebay seht kann man auf jeden fall machen super tolle sache und selbst man sich benutzen will schick tolle anschauungsobjekte vor allem diese alten geschenk setz natürlich super attraktiv um sie sich irgendwo dekorativ hinzustellen ja okay dann war es das mit dem experiment für heute erst mal aber in dem paket wo diese sachen drin waren da sind noch mehr sachen die ich euch heute gar nicht gezeigt habe das heißt wir sehen uns in ein paar tagen noch mal und dann habe ich noch ein paar andere sachen vorzuführen ja also zurück in den schrank gute nacht und bis die tage bis die tage